Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder dabei seid. Heute geht es um das Thema Bafin und BKA warnen vor Abzocke bei Geldanlagen im Internet. Betrüger locken Anleger mit hohen Gewinnaussichten auf dubiose Online-Handelsplattformen. Diese Informationen habe ich direkt von der Webseite bka.de. Digitalisierung liegt im Trend. Online einkaufen, online daten, online in die Arzt-Sprechstunde. Nichts liegt näher als sein Geld bequem mit ein paar Klicks im Internet zu vermehren. Potenzielle Anleger stoßen im Netz immer wieder auf Anbieter von scheinbar besonders lukrativen Investitionsmöglichkeiten, die das schnelle Geld und außerordentlich hohe Gewinne versprechen. Häufig aber steckt hinter solchen Angeboten Straftäter. Deren einziges Ziel es ist, die Anleger um ihr Geld zu betrügen. Das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter aus Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen-Anhalt, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen warnen aktuell gemeinsam mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, also die BaFin, vor einer neuen Masche von Betrügern, die auf Online-Handelsplattformen Anlageprodukte mit scheinbar hohen Gewinnchancen bei einfachster Handhabung anbieten. Naja, neu ist dieses Thema in der Tat nicht mehr unbedingt. Wir kennen es hier auf dem Kanal. Schön, dass das Kriminalamt, also das BKA, auch mal auf die Idee gekommen ist, darüber einen Bericht zu verfassen. Versteht mich hier nicht falsch. Die Ämter aus Deutschland und aus Schweiz und Österreich, die werden hier schon im Hintergrund die ganze Zeit tätig sein. Man hört ja hin und wieder, links und rechts auch mal wieder, dass eine Plattform zugemacht worden ist. Allerdings meiner Meinung nach viel zu langsam. Wir reden immer davon von Vorratsdatenspeicherung und, ja, dass man das ganze Internet überwachen möchte. Aber im Grunde genommen, tja, was bringt es uns, wenn wir dadurch keine Täter fangen und, ja, kriminelle Machenschaften gar nicht wirklich aufdecken und das Ganze eigentlich viel zu langsam läuft. Ich meine, kein Wunder bei unserem Internet in Deutschland, aber es wäre schon schön, wenn hier mal ein Zahn zugelegt werden würde. Der Kunde investiert angeblich in, ja, finanzielle Differenzkontrakte, also CFDs, Contracts for Difference und binäre Optionen auf Rohstoffe, Aktien, Indizies, Währungen, also Forex oder Kryptowährungen. Wie genau die Kapitalanlage funktioniert, erklärt der Online-Händler auf seiner Internetseite allerdings nicht. Ihr wisst am Telefon, ihr letztendlich auch nicht. Viele der Anbieter verfügen noch nicht einmal über die notwendigen Lizenzen, derartige Geschäfte in Deutschland beziehungsweise mit deutschen Kunden oder eben Österreich und Schweiz tätigen zu dürfen. Ja, das Problem, das kann man hier aus unseren Videos von der Callcenter abzocke, ja, jeden Tag. Also wir hören es immer wieder. Die Leute, die rufen an und rufen an und rufen an, aber Lizenzen oder irgendwas vorweisen, das können die alle nicht. Hat sich der Kunde auf der Handelsplattform registriert und erstes Geld investiert, wird er umgehend von Mitarbeitern der Handelsplattform angerufen. Nun ja, so ist es nicht immer. Wie wir hier selber mitbekommen, ist es eher so, dass man, wenn man gerade mal seine Telefonnummer eingetragen hat, dass die sofort umgehend anrufen. Die warten in der Regel gar nicht darauf, ob da eingezahlt wird oder nicht. Manche Plattformen, die rufen erst ein, zwei Tage später an, vielleicht auch erst 14 Tage später. In den Fällen wird wahrscheinlich tatsächlich darauf gewartet, ob der Kunde von selbst Geld auflädt. Und wenn er das nicht tut, dann wird man, tja, halt den Kunden anrufen, um dann nochmal ein bisschen Nachdruck zu verleihen. Die Anrufer geben sich als kompetente Finanzbroker mit jahrelanger Handelserfahrung aus. Ja, das kennen wir hier aus den Videos auch. Um sich so das Vertrauen der Neukunden zu erschleichen. Tatsächlich handelt es sich jedoch um Betrüger, die die Anleger um ihr Kapital bringen wollen. Also so, wie es in den Videos ja eigentlich von Montag bis Freitag momentan zu hören ist. Ihr werdet angerufen und eigentlich geht es nur darum, dass ihr irgendwas einzahlen sollt. Ihr sollt nichts bezahlen, das betont man ja gerne immer wieder. Ja, und sobald ihr das Geld überwiesen habt, sind sie entweder komplett weg oder man spielt euch eine Show vor, in der man so tut, als würdet ihr Gewinne machen. Und dann soll man entweder nochmal Geld nachlegen oder wenn man sich das Geld auszahlen möchte, dann erfindet man halt irgendwelche Gebühren und irgendwelche Steuern, die man da angeblich noch bezahlen müsste. Die muss man natürlich erstmal als erstes vorab überweisen, um dann an sein Geld zu kommen. Was wiederum bedeutet, ihr überweist nochmal Geld und bekommt nochmal nichts zurück und habt gleich zweimal Geld verloren. Besonders dreist ist es, dass die Anleger den Stand seines Anlagekontos vermeintlich online einsehen können. Ja, das stimmt tatsächlich. Also man kann, wenn man dann Geld eingezahlt hat, auf den Plattformen auch sehen, dass man dort eben ja Guthaben hat. Dort wird ihm mithilfe der Betrugssoftware, der Handelsplattform, Kontobewegungen und hohe Gewinne angezeigt. Naja, ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass das eine Betrugssoftware ist, sondern einfach nur eine ganz normale Handelsplattform, auf der man euch lediglich ein Demokonto eingerichtet hat. Und naja, wenn man programmieren kann, dann kann man die Rubrik Demo und Rubrik, ja meinetwegen öffentlich, ja das kann man, die Wörter, die kann man ja einfach austauschen. Selbst wenn man diese Software gekauft hat, wenn man Programmierkenntnisse hat, kann man das einfach überschreiben und ein Demokonto als ein echtes Konto ausgeben. Dass seine Einlage unmittelbar, ja, beeindruckende Gewinne erzielt, überzeugt den Kunden, so von dem Geschäft. Dass er weitere Investitionen tätigen will, also vielleicht zumindest. Will er sich allerdings sein Guthaben auszahlen lassen, bricht der Kontakt zur Handelsplattform ab. Und der angebliche Berater ist nicht mehr erreichbar oder gar unbekannt. In anderen Fällen wird der Anleger mit Ausreden vertröstet oder gar überredet, noch mehr Geld einzuzahlen, damit eine Auszahlung erfolgen könnte. Ja, also bedeutet im Grunde genommen das, was ich selbst schon zusammengefasst habe, man zahlt dort Geld ein und sieht es nie wieder. Legt man nochmal was nach, sieht man auch das nicht mehr wieder. Möchte man nochmal was einzahlen, um Geld rauszuholen, sieht man das erst recht nicht wieder. Ja, das ist schon dramatisch, was da so passiert. Und das, was wir hier auf dem Kanal hören, sind halt wahrscheinlich eher die Dulli-Callcenter, die, tja, weiß ich nicht, nicht vernünftig mit Kunden umgehen können und gar nicht erst versuchen, seriös zu sein. Aber es gibt sicherlich auch Callcenter, die ein bisschen professioneller am Telefon rüberkommen. Fakt ist, die eingezahlten Gelder werden in Wahrheit nie einer Kapitalanlage zugeführt. Die komplette Handelsplattform einschließlich des vermeintlichen Kundenkontos ist nichts anderes als Fake. Die Aussichten der Opfer, ihr Geld wieder zu verlangen, sind sehr gering. Die Täter überweisen und verschieben die Kundengelder auf verschiedene Konten im Ausland. Die Betreiberfirmen der Handelsplattformen wechseln häufig und bei den Finanz- oder Firmensitzen handelt es sich um unbekannte Offshore-Briefkästen. Es droht der Totalverlust eurer Investitionen und des Kapitals. Fakt ist, dass viele Firmen oder viele dieser Firmen auch ständig den Namen ihrer Plattform ändern und nicht lange online sind. Also wenn man sich mal solch eine Webseite speichert und ein halbes Jahr später nochmal auf diese Webseite gehen möchte, sind diese Webseiten in aller Regel bereits offline. Und dieses Callcenter telefoniert bequem mit einem neuen Namen. Und so kann man die betrügerischen Fälle der vergangenen Zeit diesem Callcenter eigentlich nicht mehr zuschreiben. Denn ist die Webseite erstmal weg. Der Name ist sowieso Fake. Eine Anmeldung gibt es nicht. Die Telefonnummern, mit der ihr angerufen werdet, sind gespooft. Das bedeutet gefakt. Also es wird eine falsche Nummer im Display angezeigt. Im schlimmsten Fall landet man bei Privatleuten. Wo sollten hier Ermittler im Nachgang noch ansetzen? Das Geld ist weg. Die Firma ist weg. Telefonieren tun sie aber weiter. Und das haben wir hier in den Videos tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal erlebt. Wo wir uns nicht ganz sicher waren, ob die Tante am Telefon sich nicht ein bisschen mal mit einem anderen Namen und einem anderen Firmennamen irgendwann mal vorgestellt hat. Viele Stimmen hören wir hier immer wieder von manchen Betrügern. Kann eigentlich nur heißen, dass die ihre Namen wechseln wie die Unterwäsche. Also nicht nur vom Unternehmen und von der Domäne, sondern auch die Mitarbeiter selbst. Und so hat man niemals irgendeinen Bezugspunkt, um die Firmen greifen zu können. Die BaFin weist darauf hin, dass beim Handel mit CFDs und binären Optionen grundsätzlich ein hohes Verlustrisiko besteht. Seit dem 2. Juli 2018 sind im Interesse des europaweiten Anlegerschutzes auch lizenzierte Finanzdienstleistungen und Kreditsinstitute die Vermarktung, der Vertrieb und der Verkauf binärer Optionen an Privatkunden verboten. Bereits am 8. Mai 2017 hatte die BaFin die Vermarktung, den Vertrieb und den Verkauf von CFDs an Privatkunden beschränkt. Seit dem 1. August 2018 gelten hier für europaweit weitere Beschränkungen, wie Hebelbeschränkungen, automatische Verlustbegrenzungen, ein Nachschubpflichtverbot, also das heißt man darf nichts nachschieben, Vermarktungsbeschränkungen und eine verpflichtende Risikowarnung. Also wenn man auf solche Webseiten geht, steht immer schon ganz groß da, Achtung, Achtung, ihr könnt ja eure Kohle verlieren. Das ist genauso wie bei Lotto, wo man dranschreiben muss, ja, Glücksspiel kann süchtig machen oder auf Zigarettenpackungen, wenn du dir drohst, kannst du impotent werden. Sowas muss halt eben auf der Webseite von diesen tollen Handelsplattformen auch stehen. Das machen die Betrüger einfach, weil letztendlich Risikowarnungen schrecken die Leute nicht ab. Ich meine, seht euch die Zigarettenpackungen an, da könnt ihr die ekligsten vergammelten Fotos draufpacken und die tollsten Texte, die man sich nur ausdenken kann, aber geraucht wird trotzdem. Und genauso ist es auch mit Lotto, da steht zwar drauf, dass man davon süchtig werden kann, tun machen sie aber, also spielen tun trotzdem ganz, ganz viele. Also Risikowarnungen schrecken nicht unbedingt ab. Ich meine, man kann dann zwar immer sagen, Unwissenheitsschutz verstrafe nicht, und hier wusste man ja sogar, dass man da sein Geld verlieren kann. Nur allerdings sind die Firmen so aufgebaut, dass man kein Risiko hat, sondern das Geld ist einfach sofort weg. Also da gibt es gar kein Risiko, sondern es ist eine Sicherheit, dass euer Geld weg ist. Seid misstrauisch bei Angeboten, die eine sichere Anlage, eine garantierte Rentite zu hohen Gewinnen oder nur ein sehr geringes Risiko versprechen. Misstrauen ist auf jeden Fall eine Tagespflicht. Bevor man Geld übergibt oder eine Anlage tätigt, holt euch immer unabhängigen Rat. Bei den Verbraucherschutzzentralen zum Beispiel. Also habt ihr vor, irgendwo eine Geldanlage zu eröffnen, informiert euch. Und im besten Fall geht zu einer traditionellen Bank. Die kennen sich aus und, naja, man kann halt auch googeln. Allerdings sollte man nicht so leichtfertig googeln, denn auch dort gibt es Betrügerseiten, die ja so funktionieren wie diese Trust-Webseite oder Google-Bewertungen. Ja, da wird einfach, oder da gibt es halt einen Betrüger, der schlau genug ist, eine eigene Webseite zu eröffnen, um positive Bewertungen zu verbreiten und super Rezisionen zu beschreiben mit Artikeln, dass man das Ganze getestet hätte. Ja, das ist auch wieder nichts als Fake. Das heißt, man sollte sich immer beide Seiten angucken und ein bisschen weitersuchen und sich nicht nur auf eine positive Bewertungswebseite verlassen. Nutzt bei Anlageangeboten im Internet verschiedene Suchmaschinen, also zum Beispiel Google, um möglichst umfassende Informationen zu diesem Anbieter und seinen Produkten zu erhalten. Achtet bei Anlageangeboten im Internet darauf, ob ein Impressum angegeben ist, also auch wenn die Webseite aus dem Ausland kommt, weil wer was zu verbergen hat, schreibt halt sein Impressum nicht rein. Jede andere Firma hat ja nichts zu verbergen und kann ihren Namen auch reinschreiben. Wer ist denn der potenzielle Vertragspartner? Das sollte man sich auf jeden Fall immer fragen. Wo ist der Sitz? Kann ich das nachprüfen, ob der Sitz existiert? Ich meine, man kann ja auch mal googeln. Ganz hart, wenn man ganz hart sein will, kann man Google Street View aufmachen. In vielen Städten in Deutschland ist das mittlerweile auch verfügbar. Österreich und Schweiz sind da, glaube ich, sogar schon weiter. Und dann kann man einfach mal über Google Street View gucken, ob denn vielleicht sogar dieses Logo von dieser Firma bei dem angegebenen Sitz angeblich auch an dem Haus von außen zu sehen ist. Das kann man tatsächlich tun. Kann ich euch sogar eine ganz kurze Geschichte zu erzählen. Ich habe mal so einen Heißluftballon, einen Heliumluftballon gefunden mit einem Gewinnerzettel dran, dass ich angeblich, oder wenn ich das finde, dass ich mich bei dem Unternehmen melden soll. Ich hätte was gewonnen. War schon abgelaufen, deswegen habe ich nichts gewonnen. Aber ich habe tatsächlich im Internet bei Google Street View geguckt. Es war eine Bank aus Holland, die tatsächlich ein Gewinnspiel gemacht hat. War auch auf Niederländisch, aber heutzutage kann man ja mit der iPhone-Kamera oder auch mit einer Android-Kamera und der entsprechenden Google-App die Texte quasi im Bild fließend übersetzen und dann eben auch holländisch ganz problemlos lesen. Ja, leider war es in meinem Fall schon abgelaufen und das Gewinnspiel schon vorbei. Aber ich habe mich vorher informiert. Das Unternehmen gab es in der Tat. Handelt es sich bei dem Unternehmen, bei dem ihr investieren wollt, um ein Unternehmen, das von der BaFin oder einem anderen europäischen Land lizenziert wurde. Das ist auch immer ganz wichtig. Grundsätzlich sollte man, wenn man ungefordert auf angerufen wird, sollte man grundsätzlich die Finger davon lassen. Denn, tja, welche Bank ruft einfach so an? Mal davon abgesehen, dass es eh verboten ist. Es gibt keinen Grund, euch einfach anzurufen, um dann zu fragen, wie ihr einzahlen wollt. Also von daher, vorsichtig vor zukünftigen Betrugsmaschen. Denn es wird immer weitere Maschen geben. Das, was wir hier am Telefon hören, ist relativ einfach und simpel. Aber es gibt auch immer wieder Opfer, die von härteren Maschen berichten, wo größere Summen geflossen sind. Vorsicht bei Hilfeangeboten. Häufig geben sich Betrüger als Kundenberater aus. Also warum sollten die euch einfach anrufen, um euch zu helfen? Wer macht das? In so einer Gesellschaft leben wir einfach nicht. Dass man spontan mal in einen Anruf kommt, ja, ich hab gesehen, sie haben sich registriert und ich möchte ja so gerne helfen. Ja, nur wenn man da mal näher nachfragt, helfen tun die auch nicht. Seid daher misstrauisch. Kontaktiert bei Verdacht. Immer die Polizei und die BaFin. Oder auch die Verbraucherschutzzentrale. Auch wenn dort noch nichts steht. Einen Hinweis geben schadet auf jeden Fall nie. Ich hoffe, euch hat das Infovideo wieder gefallen und dass ich euch vor allem ein kleines bisschen weiter aufklären konnte, auch wenn das jetzt hier nicht ganz so groß was Neues war. Informiert auf jeden Fall alle in eurer Umgebung, dass es diese Masche gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Auch klar ist, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine Information, wenn es etwas Neues auf diesem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke gerne noch auf das letzte Video oder schau dir gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.